Die Welt von oben. Professionelle Luftaufnahmen, historisch wie aktuell vom Luftbild Verlag Hans Bertram GmbH. Mit hochwertigster Analog- und Digitaltechnik und größter Präzision fertigen wir atemberaubende Aufnahmen aus der Vogelperspektive. Neben Archiv Luftaufnahmen seit 1954 für Historiker und Presse bieten wir Ihnen die Dokumentation von Bauprojekten jeder Art. Von der Nordsee bis zu den Alpen, je nach Wetterlage, sind wir für Sie innerhalb kürzester Zeit mit eigenem Flugzeug und Besatzung vor Ort. Wir bieten Ihnen umfangreiche Dienstleistungen und Fotos mit Leidenschaft. Überzeugen Sie sich, wir freuen uns auf Sie!